Seid gegrüßt, Gaming Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Hier ist euer Don. Seid gegrüßt, liebe Gaming Freunde, für eine weitere Cortisonenmission. Okay, so diese zwei Herren müssen mehr als 50% ihrer Gesundheit haben. Und okay, so machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben ja unsere Assassinen zur Verfügung. Urasom, bitte achtet auf herabfallendes Mordwerk in der Nähe von Geburten. Unser Beileid zielt allen englischen Staatsbürgern wegen des Verlustes... Oh, wo sind diese Herren? Oh, wo sind diese Herren? Ihr habt uns gerettet, Amico. Noch seid ihr nicht frei. Haltet euch bereit. Halt euch 對不對? Oh mein Gott. Hey, what's this? Wie können wir das bloß je wieder gut machen? Setz den Kampf gegen die Borgia fort. Das werden wir. Adio, amigo mio. Adio. Wunderbar. Das war auch nicht allzu schwierig. Und das war auch die letzte Cortisonen-Mission. Wenn euch mein Gameplay gefällt, vergesst nicht zu abonnieren. Drückt hierzu auf den Subscribe-Knopf. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare, was ich eure Meinung nach verbessern könnte. Wenn es ein Spiel gibt, das ihr hier sehen möchtet und es zusammen mit euch durchspielen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss, euer Don.